Moin moin, die lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bad Wars. Aber Leute, ich bin nicht allein. Ich habe noch ein paar smarte Boys und Girls am Stüssel. Könnt ihr euch mal vorstellen? Sie sind einfach leise. Verstehe ich. Verstehe ich. Hallo. Hallo. Ja, die liebe Kackwaffe. Direkt ist euch der Kuckwaffe. Der rote Spätzünder und die liebe Mona. Oh, beim Bärter, was die lieben ist. Ja, mir ist nichts eingefallen. Was ist, ich bin halt auf Mona so reibend. Alles. Okay. Ich muss mir noch was zu trinken holen. Okay, macht das. So Leute, ich baue es heute noch aus Bett ein. Ich habe very, very wenig FPS. So Leute, das Bett ist schon mal unprofessionell eingebaut. Timo steht mal wieder auf. Ja, ich stehe auf. Ja, genau. Ja, weiß man mal die nie. Ich und AFK, das passt doch gar nicht zusammen. Also ich und AFK in irgendwelchen Runden. Nice movement, Timo. So. Hat keiner gesehen. Ja, ja. Ich habe mir gerade Blöcke geholt. Er kauft sich Sachen. Er kauft sich Sachen, dann stirbt er wieder. Ja, nein, ich habe mir nur Blöcke geholt. Und jetzt hole ich mir noch eine Spitzhacke. Und danach stirbst du. Also ich baue mal ein bisschen Endstatt. Danach baue ich ein Bett ab, ja. Ach, die Bett kenne ich doch schon. Vielleicht macht die Idee. Ist ja fast das gleiche. Ja, fast. Er hat mein Schwert. Oder wo ist... Hä, wo ist mein Schwert? Ja. Ja, hier. Gebu, musst von unterhalten hier. Was denn? Ich habe dir nur die Brücke gebaut. Ja, hier. Das war schon ein Nervenkitzel genug. Ja, komm. Da ist das Giftgas. Giftgas, komm. Leute, ich habe hier vier Gold. Kann ich mal einen abholen? Hier, Timo, schenk ich dir. Nö, will ich nicht. Stinkt, ne? Ja, es stinkt, stimmt. Oh mein Gott, bin ich gerade lappenhaft runtergefallen? Ich bin gegen den Block gelaufen. Das ist nicht. Das war richtig primär. Ich bin einfach... Oh. Timo. Äh, was? Hast du das Gold aufgesammelt? Ja, habe ich. Du bist so noch lower als ich hier. Nö. War einfach aus Prinzip. Ich bin ja runtergesprungen und nicht gefallen. Ich bin ja auch runtergesprungen, weil ich gegen den Block gedotzt bin. Nee. Ich bin extra runtergesprungen. Ja gut, acht Gold. Sag ich nicht nein. Lieber ist weg? Nee, vier Gold. Hast du schon ein Bett aus dem Dattelraum genommen? Das finde ich gut. Wir räumen hier ab. Ich sehe das schon. Ich sehe das auch. Merk schon, wir werden grandios feiern. Tschüss. Ey, komm, Alter. Ist das ein Ernst? Ich habe zwar viel Gold versinkt. Und ich habe vier Kills gemacht. Oh. Und ein Bett abgebaut. Ja, das ist doch gut. Nee. So, ich muss jetzt aber auch mal hier was reißen. Sonst kann ich da auch einpacken. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht noch hört. Bin immer noch krank. Unterhaltet er die Menge. Hä? Ihr seid mit dabei. Ihr habt auch was zu reden. Das hat doch uns, dass wir unterhalten. Aber das klappt irgendwie auch nicht so. LOL, das hat vollgelegt. Professional Gamer HDX-D6. Professional Hacker for you. Schwarz-Groß-Lappen. Wir sind gerade Eisen. Leute, du willst Eisen. Auf der Insel rechts von dir. Ey, Mann. Als ob. Ja, kommt zwei. Ich muss erst mal wieder ins Bad Wars spielen reinkommen. Ich habe über eine Woche nicht gespielt. Ich habe auch schon nicht mehr gespielt. Das wäre eine Woche. Wir sind schon fast Monate. Ich spiele es aber nicht so oft, Bad Wars. Ja, es sind nicht. Ich habe auch schon drei Stunden, die ich habe seit etwas mehr gespielt habe. Ja, wenn ihr euch da kloppt, klaue ich mir das Gold. Das snackt sich einfach. Ja, da können da sich. Junge. Junge, Alter. Brauchen wir eine Kiste? Oh Mann, ich bin zu doof zum Laufen. Gut, es reagiert jemand. Ich mache es für Tacke. Oh, eine. Oh, Alter. Wenn ihr mal zu rot kommen, wenn ihr es bitte. Ja, ich mache mich nur akrippen, dann helfe ich. Boah, Junge. Was denn? Wo ist denn eigentlich Spat hier auf der Map? Nicht erst während der Aufnahme. Weißkalt. Da ist er einfach. Vor allem, er ist es übelst laut. Ja, dezent laut, ja. Hat es nicht zufällig jemand für mich so viel Gold oder so? Nicht, oder? Zufällig nicht. Schade. War nur zufällig. Oder vielleicht echt eine Bogen, wäre auch ganz praktisch. Ja, jemanden mit Bogen. Wo ist da nicht, Kat? Ich brauche nur ein bisschen Essen. Ich brauche niemanden, der isst. Hä? Ja, ja. Sauber. Und da ist Spat up. Und da ist er tot. Ja. Aber ich habe ein Bett. Kann niemanden mitgekommen, Bilder? Ich bin auch schon Mitte. Ich komme. Und verpasse die Arschtritte. Na links. Ich nehme nur das Gold mit. Ich bin auch Gold. Und habe noch einen getötet. Da ist ein Roter, da ist ein Roter. Boah. Ich habe auch nur noch vier Herzen gehabt. Du hast noch ein Gold für mich übrig. Der ist voll cool. Zwei sogar. Und hinter dir ist welches gespawnt? Ja, ich drehe mich um und Gold spawne. Unfer. Ja. Ich brauche ein Unfer, so muss das sein. Hier, komm. Du kriegst drei. Das ist so gnädig von dir. Echter Gangster. Was ist hier Gangster? Der Rea. Negge. Mona! Bebo, du bist der echte, oder? Ja. Heikling. Da hast du wieder Gold. Egal, ich bin schon wieder am Putt-Q-Weg. Sag mir mal einen Brunnen. Jetzt mal gelbe Killen. Einfach aus Prinzip. Wie es killst du denn? Irgendwie du lässt ein bisschen Zeug fallen. Ja, zwei Gold waren dabei. Ne, warte, die habe ich für Gold-Apfel verbraucht. Ne, Gold war krank. Boah, das leckt so rum heute. Boah, Kimu. In Ernst. Hä? Kimu. Äh, was? Äh, was? Soviel zu, du gehst Gelbe töten. Was, Beta-Born? Boah, die sind bei mir teilweise unsichtbar, ne? Als ob du die hinten abgestoppt hast. Du Hure. Nein! Da müssen noch zwei sein, ne? Ist dir schon klar. Ja, warte, warte, warte. Warum? Ja, du bist... Warum? Warum bist du runtergefallen? Er hat mich noch geflügerwischt mit dem Fall. Und wo ist der letzte? Du bist auch irgendwo irgendwo... Oder halt. Oder so. Jetzt trappt... gg das war würde ich sagen das war eine schnelle runde das war gut ja das war gut und ich habe sogar auch was gerissen ja dann würde ich mich da klar eine positive wertung von euch freunde und ich weiß nicht ob die smarten geist da auch noch mal dabei sind in der nächsten runde in der nächsten folge erst noch mal schön das mikrofon schmerzen also dann ich wünsche ich noch was